Im heutigen Interview auf Jungle Drum Radio geht es um die Strafanzeige, die Digital Courage zusammen mit dem CCC gegen die Bundesregierung gestellt hat oder einige Mitglieder und auch gegen Geheimdienste. Am Telefon habe ich jetzt gerade Pate Luhn von Digital Courage und es wird so nett sein, mir da ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Pate Luhn. Schönen guten Tag. Darf ich vielleicht mit einer kleinen Korrektur beginnen? Na gerne. Wir sprechen uns Digital Courage aus, damit es nicht festritt, sage ich das jetzt einmal. Zweitens, die Hauptarbeit hat eigentlich die Internationale Liga für Menschenrechte an dieser Anzeige gemacht, also IMLR, kann man auch auf dem Web finden und der Chaos Computer Club und wir haben uns sozusagen mit angeschlossen und ein bisschen noch mit dran gearbeitet. Also Ehre, wem Ehre gebührt, die Internationale Liga für Menschenrechte hat das angestoßen. Und die Strafanzeige, die, ja was umfasst, ja genau im Grunde genommen geht es um Leistungsverweigerung der Bundesregierung, dass sie uns eben nicht schützt, obwohl sie dazu verpflichtet wäre. Ja, das ist sicherlich der Hauptansatzpunkt, nämlich abgesehen davon, dass wir seit einigen Jahren ein Grundrecht haben auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, sagen wir uns, das ist schon ein ganz dickes Ding, dass eine eigene Regierung das gesamte Volk nicht schützt, sondern im Gegenteil, und da wird es ja noch richtig spannend, aktiv daran mithilft, dass das Volk von einem anderen großen Partner, nämlich den Big Five, also USA, Kanada, England, Australien, Neuseeland, ausgeschnüffelt werden können, denn, und das ist sehr deutlich, der Bundesnachrichtendienst hat ja auch Informationen über uns an die entsprechenden Geheimdienste weitergeleitet. Also, im Grunde sollte man gleich wegen dem TTIP auch noch, wegen dem Freihandelsabkommen gleich auch noch eine hinterher schieben, eine Strafanzeige. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, pellen die sich da ein Eid drauf, was hat das für einen Erfolg, werden die ins Schwitzen kommen? Immerhin haben sie jetzt schon mal Ermittlungen gegen die NSA zugesagt, oder zugestimmt. Das habe ich auch gehört, dass der Generalbundesanwalt also tatsächlich das nicht einfach dicht macht, sondern wohl jetzt in Vorermittlung ist. Aber ich habe es noch nicht schriftlich, ich habe noch kein Aktenzeichen vorliegen. Ich glaube nicht, dass sich die Regierung ein Eid drauf bellen wird, wie du das so schön gerade gesagt hast, sondern das ist schon eine Strafanzeige, die sehr viel Grundschlage, Fundament auch hat. Also da hat man sich nicht nur hingesetzt und die drei Zeilen geschrieben, die eigentlich für eine Anzeige reichen, nämlich da gibt es einen Verdacht von uns, dass die Bundesregierung uns hinter das Licht führt und dann müsste eigentlich der Generalanwalt auch direkt untersuchen. Das hat er nicht gemacht. Wir haben das jetzt mit viel Fundament hinterfüttert und ich denke auch jetzt wird das auch entsprechend dann angeschaut und strafrechtlich bewertet. Wir wollen natürlich, also sehen jetzt sicherlich nicht, dass Angela Merkel dann demnächst im Gefängnis sitzt. Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass sie vorbestraft ist. Also so wird es wahrscheinlich noch auf eine Bewährung rauslaufen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass das genau angeschaut wird, denn wir als Bürgerinnen und Bürger haben eigentlich sonst überhaupt keine Möglichkeit, mal aufzuklären, was da eigentlich wirklich los ist. Sondern wir werden die ganze Zeit abgespeist mit, ach, hat sich alles erledigt und oh, nicht so schlimm und die haben uns ein Papier gezeigt, da waren lauter schwarze Balken drauf und da steht wohl dahinter, dass sie alle ganz toll sind. Das hat uns natürlich als normale Menschen nicht gereicht und ich denke, ihre Hörerinnen und Hörer werden auch das Gefühl können, ja verdammt, was soll ich denn da machen, da kann ich ja gar nichts richtig tun, außer einen Volksabstand zu machen. Dazu hat man ja auch nicht unbedingt jetzt Lust. Und dann, sage ich mal, es ist eine schöne Sache, dass wir jetzt diese Strafanzeige haben. Man kann sich die auch anschließen, man kann da mitmachen, wenn man möchte und hat zumindest ein kleines Zeichen gesetzt. Ja, ich finde das auch super, wobei ich vielleicht noch fairerweise sagen muss, ich habe mir die Strafanzeige durchgelesen und die hat wirklich Hand und Fuß, die ist wirklich von richtigen Juristen formuliert und nicht von Laien oder so. Jetzt ist aber noch ein Problem, das ich sehe und zwar ist doch unsere Regierung immun. Die genießen auch diplomatische Immunität, damit nicht jeder eins jeden Tag die vor Gericht zerrt, sodass sie gar nicht mehr zum Regieren kommen. Kann denn diese Immunität da ausgesetzt werden? Und wenn ja, muss das nicht wiederum genau der Bundestag tun, der hier im Grunde im Fadenkreuz steht? Naja, wir haben ja das große Glück, dass wir hier immerhin eine Demokratie und einem Rechtsstaat leben. Das ist tatsächlich so, auch wenn man zwischendurch manchmal verzweifelt und das Gefühl hat, dem sei gar nicht so. Und ich habe schon erlebt, dass Immunitäten aufgehoben worden sind, um entsprechend ermitteln zu können. Und ich glaube nicht, dass ein Bundestag sich dementsprechend auch verweigern kann. Also der Immunitätsausschuss muss seine entsprechenden Entscheidungen ja nun auch offenlegen. Und ich sage mal, jeder Nadelstich hilft auch, selbst wenn das jetzt an so einer Formalie scheitern sollte. Was ich nicht glaube, kann das schon ganz interessant werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, um die Sache entsprechend zu verfolgen, sich jetzt Durchsuchung zu machen bei den entsprechenden Angezeigten, vielleicht bei den Geheimdiensten, aber die sind auch nicht weiter immun. Sondern die Sachen sind ja öffentlich, es sind Gesetze, es sind Verordnungen beschlossen worden über viele Jahre hinweg. Da gibt es ein Buch zu, das hat ein Herr Foschepot geschrieben, der sich, das heißt Überwachtes Deutschland, wo er sich mit der Überwachung im Westen intensiv auseinandergesetzt hat. Es gibt andere Wissenschaftler, die zum Teil Herrn Foschepot widersprechen und andere Schlüsse gezogen haben. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, diesen Straftatbestand, wie ich ihn sehe, auch entsprechend zu recherchieren und auch zu einer entsprechenden Entscheidung zu kommen und natürlich auch zu einer Einvernehmung der Zeugen zu kommen. Wobei ja noch dazugehört, unser Hauptzeuge, den wir direkt benannt haben, ist Edward Sloden. Wir möchten, dass er hier vor Gericht gehört wird, nicht per Kamera, nicht per Telefon, sondern hier in Deutschland auch angehört wird, weil er ist nun derjenige, der einen im weitesten Maße, als jemals eigentlich vorstellbar war, Beweise eben nahegelegt hat und angehört hat. Ja, und ich meine, ganz entscheidend ist sicherlich auch die Signalwirkung, dass die Leute überhaupt mal bewusst wahrnehmen, dass da in der Tat ein Straftatbestand vorliegt. Vorliegen könnte. Also wir sehen das so. Mal schauen, wie das eben die entsprechenden Fachleute sehen. Also die Fachleute, die eben auch entsprechend darüber zu entscheiden haben. Und da bin ich, wie sagt man so schön, vor Gericht ist man und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Aber ich denke schon, dass damit doch etwas auch ans Licht kommen kann, was vielleicht die Beteiligten selber gar nicht so gesehen haben. Also man muss ja auch ganz klar sagen, es sind jetzt nicht Leute, die Andenverbrechen begehen und versuchen uns alles zu unterjochen, sondern es sind ja auch Leute, die durchaus der Meinung sind, dass sie richtig gehandelt haben. Und das wird jetzt eben entsprechend hinterfragt. Und das gehört in der Demokratie eben mit zur Meinungsbildung. Und es gibt viele Leute, die sich sehr über die Aktion freuen. Das kann ich bestätigen. Weißt du in etwa, wie die Wirkung aus Ausland ist? Kam da schon irgendwo Feedback? Gibt das da neugierige Blicke zu uns? Ja, wir haben also jetzt gerade von E3, das ist ein europäischer Dachverband im Bereich Datenschutz und Internetnetzfreiheiten, sehr positives Feedback bekommen. Sie haben uns auch gerade gebeten, für Ihren Newsletter dazu was zu schreiben. Aber wir wissen sowieso, dass wir in Deutschland so ein bisschen die Leute sind, auf der sehr viele aus dem Ausland gucken, die eben sehen, hier ist es möglich, große Demonstrationen zu veranstalten für Datenschutz. Gerade beim Chaos-Kongress habe ich einen jungen Mann aus Indien kennengelernt, der eben auch auf der Bühne stand und sagte, was für Mut ihm das gemacht hat, die Demonstrationen Freistaat Angst im September letzten Jahres zu sehen, wo mitten in der Hauptstadt Leute eben friedlich für mehr Datenschutz entsprechend protestieren, also auch zu ihrer Meinung stehen und dass ihm das Mut macht für seine Arbeit wiederum in Indien. Ich kenne das auch aus anderen Ländern und ich sehe auch ein bisschen, dass auch in anderen Ländern sich mehr Widerstand formiert. Wir haben zum Beispiel ein-, zweimal im Jahr Treffen in Brüssel mit Aktivisten aus anderen Ländern und sehen, wie auch dort die Aktivistenszene wächst, wie Leute sich engagieren für mehr Datenschutz und ja, ich sag jetzt mal, einen modernen Umgang mit Daten in einer eben moderner gewordenen Welt, auch wenn das jetzt sprachlich vielleicht nicht gerade die Höchstleistung war, die ich sonst von mir war. Paddelun, ganz herzlichen Dank für das Interview. Euch allen großen Erfolg dabei und alles, alles Gute für Digital Courage. Herzlichen Dank. Wenn ihr noch auf die Website hinweisen könnt oder darauf, dass wir heute mit unterschreiben können unter Petition digitalkourage.de, dann würde ich mich sehr freuen und euch alles Gute und viel Spaß weiterhin beim Radio machen. Klar, das verlinken wir auch noch im Vortext. Alles klar. Dann... Prima. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.